Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich möchte heute mal auf eine Frage eingehen, die ich in letzter Zeit sehr häufig bekomme. Und zwar geht es darum, wenn jeder in Aktien investiert, dann sind irgendwann alle reich und wer soll denn dann noch arbeiten? Ich bekomme diese Frage auch häufig von Leuten, die selber schon über viele Jahre investieren und langsam wie so ein bisschen eine gewisse Grundskepsis entwickeln. Ja, warte mal, dann wäre doch irgendwie was falsch im System. Dann würde das System so nicht mehr funktionieren. Und ganz grundsätzlich, ja, wenn irgendwie eine Sache zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist sie in der Regel auch nicht wahr. Und ich habe unter dem letzten Video genau eine Frage in dieser Richtung bekommen. Und zwar der erste Part ist hier gar nicht so relevant. Es geht, ja, ich kann mich irgendwie schlecht artikulieren, was ich meine. Die Idee, dass jeder kann und soll investieren, dann werden alle reich. Das sehe ich irgendwie anders. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Und ich denke, das ist es auch. Es ist so gut, um wahr zu sein. Selbst wenn jeder investieren würde, würde sich eine Sache für meine Begriffe oder würden sich einige Dinge komplett ändern. Aber eine Sache würde sich auf jeden Fall ändern. Und zwar, es würde deutlich weniger Altersarmut geben. Und ich denke, wir haben aktuell schon eine Situation, wo Altersarmut durchaus eine Sache ist, die man spürt in deutschen Großstädten. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die in den nächsten Jahren sich noch deutlich verschlimmern könnte. Ganz einfach, weil Babyboomer und die Rentensituation und so, da brauche ich euch nichts erzählen. Ich denke, ganz grundsätzlich bei dieser Überlegung, ja, wenn jeder investiert, dann werden wir alle reich und wer arbeitet da noch, gibt es zwei grundsätzliche Missverständnisse oder zwei grundsätzliche Übertreibungen. Und zwar, wir überschätzen erstens, wie reich wir mit Aktien werden. Und Punkt Nummer zwei, wir überschätzen, wie niedrig die Renten sind. Oder ja, wir unterschätzen, wie niedrig die Renten sind, wie auch immer. Und zwar, ich möchte folgendes Gedankenexperiment einfach mal durchführen, um meine Theorie zu untermauern. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, die aktuellen Altersrenten, also die aktuellen Renten in Deutschland. Und das sind hier die durchschnittlichen Zahlbeträge in Ost und West, sind ja ein bisschen unterschiedlich, nach Geschlecht. Und da haben wir die Situation, okay, Moment, wir müssen erst mal einschätzen, was sind das genau für Zahlen, die wir hier haben. Und da geht es hier unten um die Berechnung, also die Daten stammen von der Deutschen Rentenversicherung. Und zwar ausgewiesen werden die, und jetzt hier, Moment, ich mache es noch ein bisschen größer, damit ihr das sehen könnt, ausgewiesen werden die Rentenzahlbeträge. Das heißt, dass die Bruttorenten, der Bruttobetrag, den man bekommt, um die Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner und zur sozialen Pflegeversicherung vermindet werden. Nicht berücksichtigt hingegen sind mögliche Steuerabzüge. Hier sind keine Steuern berücksichtigt, das sind wirklich quasi Bruttobeträge, aber die Krankenversicherung ist bereits abgegolten und die Pflegeversicherung aus. Gucken wir uns das erstes an, wie viel ist Kranken- und Pflegeversicherung, wie viel musst du da zahlen? Und da bin ich immer auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung und da haben wir, der Beitragssatz beträgt flat 14,6% und 3,05% ist der Beitrag zur Pflegeversicherung. Das heißt, wir kommen auf 17,65%, was einfach abgezogen wird. Ich glaube, der Eckrentner steht irgendwie so bei 6.000 Euro, wenn man von dem Eckrentner sprechen kann. Dann haben wir hier die Situation, dass das hier quasi Bruttobeträge sind. Davon musst du erst mal noch Steuern zahlen, was im Durchschnitt ausgeschüttet wird. Und keine Sorge, es ist nicht so, gibt es, ja klar, das ist der Durchschnitt und das wird durch viele Sachen nach unten verzerrt und so weiter. Es gibt aber auch so und so viele Leute, die kriegen ihre 2.000 Euro überwiesen und so weiter. Das sind sehr, sehr wenig Leute. Ich glaube, irgendwie 3% der Rentner bekommen 2.000 Euro und mehr und müssen das dann halt jetzt auch noch versteuern, zumindest anteilig. Also, das ist der erste Punkt, den wir, glaube ich, massivst unterschätzen, wie schlecht die Altersrentensituation in Deutschland wirklich ist. Jetzt müssen wir auf einen zweiten Punkt hinaus. Okay, was wäre denn nun, wenn die Leute stattdessen in Aktien investieren? Wenn die Leute nicht hunderte Euro jeden Monat in die Alte, in die Rente stecken müssen, wo sie dann am Ende hier irgendwie ihre 1.000 Euro brutto rausbekommen, sondern was wäre denn, wenn die Leute in Aktien investieren? Und da müssen wir mal ausrechnen, wie viel zahlt man so im Durchschnitt? Und dafür habe ich mal folgende Sache gefunden und zwar, das ist von der Allianz. Im Jahr 2021 lag der Durchschnittsverdienst der Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland bei 4.100 brutto. So, der Rentenbeitragssatz beläuft sich auf 18,6%. Davon wird die Hälfte vom Arbeitgeber gezahlt, die Hälfte vom Arbeitnehmer. Das ist unterm Strich erstmal egal. Das heißt, wir berechnen das mal ganz kurz. Wir machen jetzt 4.100 Euro und berechnen mal 0,186. Bedeutet, im Schnitt zahlt der Durchschnittsverdiener 762 Euro, also so roundabout 750 Euro pro Monat in die Rente ein. Und nach 45 Beitragsjahren und 45 Beitragsjahren ist das Ergebnis dann, dass man so ja irgendwie ein bisschen was über 1.000 Euro rausbekommt. Ich glaube, die durchschnittliche Netto-Rente, ich hatte das hier bei der Deutschen Rentenversicherung gefunden, beträgt irgendwie 890 Euro oder sowas ist die durchschnittliche Netto-Rente aktuell in Deutschland. Dann nachsteuern. So, jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wenn jemand 40 Jahre in Aktien investieren würde, statt in die Rente einzuzahlen. Oder von mir aus, ja, sag mal erstmal, man würde stattdessen nur in die Rente einzahlen. Und zwar, da gehen wir einfach mal hier auf einen klassischen Zinseszinsrechner von Finanzfluss und machen hier einfach mal eine monatliche Sparrate von 750 Euro. Die Spardauer, okay, sagen wir hier einfach 40 Jahre. Jetzt ist der nächste Punkt jährlicher Zinssatz. Es gibt, wenn wir über so einen wirklich langen Zeitraum gucken, müssen wir die Inflation berücksichtigen. Das ist unfassbar wichtig. Und da dürfen wir jetzt keine zu hohen Zinssätze hier erwarten. Und deswegen habe ich einfach mal geguckt. Es gibt hier eine Seite, ich verlinke die euch auch unten drin. Und zwar vom S&P 500, den Return Calculator heißt das Ding. Und zwar kann man den hier um Inflation anpassen. Und zwar wir machen hier einfach mal die Berechnung jetzt von 2022 bis 72. Also wir nehmen 50 Jahre, ja, und berechnen das Ganze mal. Da haben wir die durchschnittliche Rendite. Das ist immer das, wovon immer alle reden. So von 10 Prozent. Das ist ja die durchschnittliche Rendite, die du hast, wenn du die Dividenden reinvestierst. Ansonsten hat der S&P 500 7,3 Prozent und mit Dividenden reinvestiert, brutto quasi reinvestiert, ohne Steuern oder ohne irgendwas anders, wie das in den USA gemacht werden kann, hat man 10,3 Prozent. Aber jetzt ist die Sache, das bringt uns nichts. Wenn wir über so einen langen Zeitraum sprechen, müssen wir die Inflation berücksichtigen. Gerade jetzt wird das natürlich deutlich. Und wir haben, wenn wir hier 50 Jahre nehmen, da hatten wir Zeiten hoher Inflation und niedriger Inflation. Also, adjusted for inflation. Bedeutet, wir haben eine S&P 500 Rendite von 3,16 Prozent. 3,16 Prozent. Wenn wir nun die Dividenden mit reinvestieren, brutto, kommen wir auf 6 Prozent. So, das ist erstmal ziemlich ernüchternd, muss man sagen. Also wenn hier jetzt irgendwann du von irgendwelchen tollen Influencer hörst, hier machst du durchschnittlich deine 10, 12 Prozent und so weiter. Ja, aber langfristig inflationsbereinigt hat selbst der S&P 500, der eine deutliche Überrendite zu einem DAX erzählt hat, zu einem MSCI World erzählt hat, nur 6 Prozent. Aus diesem Grund, denke ich, ist es durchaus realistisch oder ist es vielleicht angemessen, dass wir hier nur von 5 Prozent ausgehen in der langfristigen Betrachtung. Also langfristig 5 Prozent. Die USA haben in den letzten 50 Jahren quasi fast alles outperformt und ein MSCI World hat eine etwas geringere Rendite. Deswegen würde ich einfach sagen, wir setzen hier einen Zinssatz an von nur 5 Prozent. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert hier nach 40 Jahren? Nach 40 Jahren haben wir folgendes Ergebnis. Eingezahlt worden ist, statt, jetzt hat jemand, die gesamte Bundesrepublik Deutschland hat, die Renten werden von nun ab aus dem Steueraufkommen gezahlt oder was auch immer. Und alle Menschen können jetzt ab sofort anfangen, die jetzt neu kommen, die können 40 Jahre lang in Aktien investieren. Das ist ja genau diese Frage. Was würde denn passieren, wenn auf einmal die Leute alle in Aktien investieren? Dann wären die doch alle stinkreich und dann müssen die nicht mehr arbeiten. So, die Realität sieht so aus. Wenn du das machst, dann hast du 1,14 Millionen Endkapital über. Inflationsbereitigt. Wir haben ja hier jetzt gerechnet mit der jährlichen Zinssatz von 5 Prozent. Das ist quasi inflationsbereitigt. Ja, jetzt berechnen wir das ganz kurz hier mal. Wir gehen nämlich jetzt einfach von folgendem Szenario aus. Es gibt ja diese klassische 4-Prozent-Regel, aber in dieser 4-Prozent-Regel, da gibt es ein gewisses Restrisiko. Also diese 4-Prozent-Regel besagt, ganz vereinfacht, wenn du ein gewisses Kapital hast und du entnimmst 4 Prozent pro Jahr, dann hört das Kapital niemals auf. Also das bleibt immer in etwa konstant. Da gibt es aber ein gewisses Restrisiko, wenn es einen blöden Börsenverlauf gibt, dann kann es auch mal passieren, dass du nach 20 Jahren pleite bist oder sowas. Deswegen machen wir es einfach anders. Wir machen diese 1,14 Millionen und nehmen nur 3 Prozent pro Jahr. Da kommen wir auf einen Bruttobetrag von 34.000 Euro. Das teilen wir mal durch 12. Kommen wir auf 2.860 Euro. 2.860 Euro würden wir hier rausbekommen. Das ist, okay, jetzt müssen wir noch, Moment, wir müssen noch die 17,65 Prozent abziehen, was wir hier an Kranken- und Pflegeversicherung hatten. Moment, 17, das heißt, wir müssen mal rechnen, mal 0,8235, das sind minus 17,65, kommt 2355 Euro raus. Im Durchschnitt. Was hatten wir hier im Durchschnitt? Haben wir hier Zahlen eher, ja, die sind deutlich, deutlich niedriger. Also, wenn nun das fiktiv eintreten würde, dass die Menschen auf einmal nicht mehr alle in die Rente einzahlen müssen, sondern die Leute 750 Euro, über 40 Jahre konstant in Aktien investieren und wir kriegen diese inflationsbereinigten 5 Prozent, dann kommen wir auf einen Bruttobetrag, der in etwa doppelt so hoch ist, wie die aktuellen Altersrenten in Deutschland. Was haben wir hier? Der Durchschnittsbetrag ist, na gut, okay, die Frauen West ziehen das hier ein bisschen nach unten, wenn wir so im Durchschnitt bis 1100 Euro oder sowas, lass den Durchschnitt sein. Das heißt, wir kommen in etwa beim Doppelten raus von dem, was die durchschnittliche Altersrente in Deutschland betrifft. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, was würde denn passieren, wenn auf einmal alle Leute in Aktien investieren? 750 Euro ist ein Haufen Geld und für die große Masse der Menschen ist das unmöglich wegzulegen, deswegen wird es quasi bei der Rente direkt weggelegt. Also, man müsste diese Rentenbeträge nehmen. Das hätte aber nicht zur Folge, dass wir ultrareiche Rentner haben oder sowas. Das würde einfach nur die Zahl der Menschen, die quasi an Altersarmut leiten, massivst reduzieren und in einem erheblichen Ausmaß. Es kommt noch, ich denke, das ist der größte Vorteil. Ich denke, auch das ist, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir wirklich, ja ehrlich sind, wenn wir ein bisschen realistisch sind, für die große Masse der Aktionäre in Deutschland, die 150, vielleicht 200 Euro im Monat zurücklegen und das über 30, 40 Jahre machen und es schaffen dran zu bleiben, muss man auch sagen. Viele, viele, man denken, die Kurven schwanken ja, wie viele Aktionäre es gibt. Aber die Leute, die dranbleiben, das reduziert einfach die Anzahl der Menschen, die in 40 Jahren Pfandflaschen sammeln. So bitter das ist. Die meisten Menschenwerten mit Aktien, wenn du 150, 200 Euro oder sowas im Monat investierst, das ist super, das ist unfassbar gut. Das sorgt dafür, dass du einfach im Alter einen entsprechenden Puffer hast, dass du eben nicht auf diesen Kleckerbetrag am Ende der Rente angewiesen bist. Aber es sorgt nicht dafür, dass du reich bist. Selbst mit 750 Euro im Monat wirst du eben nicht reich im Alter, um davon leben zu können. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir immer wieder unterschätzen. Wir überdenken, ja wir fangen ja zeitig an, ich habe 40 Jahre Zeit, ich investiere meine 150, 200 Euro im Monat oder vielleicht auch 250, 400 und dann bin ich im Alter wirklich wohlhabend. Ich denke, das ist ein falsches Bild. Das ist unfassbar wichtig. Ich möchte nicht die Motivation nehmen. Es ist unfassbar wichtig, das zu machen. Aber selbst wenn jeder das macht, dann haben wir einfach nur Rentner, die ein bisschen wohlhabender sind. Dann leben wir nicht im Saus und Braus. Und das ist die Sache, die auch viele Aktionäre immer wieder unterschätzen. Um mit Aktien reich zu werden, musst du horrende Beträge investieren. Du musst eher, keine Ahnung, im vierstelligen Bereich investieren. Und idealerweise, idealerweise, bereits wenn du jung bist. Das heißt, wenn du, idealerweise, wenn du jung bist, wenn du in den 20ern, Anfang deiner 30er bist und schaffst es, vierstellige Beträge zu investieren, dann machen Aktien dich langfristig wirklich reich. Aber hier brauchen wir, wenn wir realistisch sind, wenn wir ehrlich sind, das ist, für jeden trifft das nicht zu. Das ist ein absolutes Unding. Es würde sicherlich mehr Menschen geben, die im Alter auch, die vielleicht, keine Ahnung, die deutlich mehr verdienen und halt nicht 750 Euro im Monat investieren, sondern die vielleicht 1.500 Euro wegtun könnten. Da wird das natürlich einen Unterschied machen. Da hast du dann halt 2,2, okay, da kannst du das halt alles verdoppeln. Dann kannst du den Betrag ja auch mal 2 nehmen als Bruttorente. Das ist der Traum. Also da hast du wirklich viele wohl, dann bist du zu zweit. Da hast du vielleicht deine 8.000, 9.000 Bruttorente. Das wäre natürlich bombastisch, aber das wird ein kleiner, kleiner Teil der Bevölkerung sein. Also selbst wenn alle in Aktien investieren, werden nicht alle reich. Und es ist nicht so, dass wir aufhören können zu arbeiten. Es wird einfach nur die Tatsache eintreten, dass wir weniger Menschen haben, die an Altersarmut leiden. Aber zwei Dinge, zwei Dinge. Und zwar Punkt Nummer 1. Hier unterstelle ich keine Dynamik. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir unfassbar unterschätzen. Wenn wir es schaffen, in diesen Sparplanrechnern, und was wir da mal berechnen, da rechnen wir immer mit konstanten Sparraten. Aber natürlich, die Löhne steigen ja über die Jahre. Allein Inflationsbereinigst und so weiter. Aber die steigen in der Regel etwas überhalb der Inflation. Ja, aktuell nicht. Ich weiß aber, normalerweise tun sie das. Wenn wir es schaffen, einfach unsere Sparrate immer ein kleines bisschen zu erhöhen, idealerweise oberhalb der Inflation, dann kommt hier unten noch ein anderer Betrag aus. Also das ist die Sache, das wäre wirklich gut, wenn man das schafft. Das ist aber nur selten der Fall, muss man sagen. Und eine zweite Sache, die langfristig dann einen großen Unterschied macht. Und zwar, wenn wir nicht in das Rentensystem als solches, wie wir es heute Abend einzahlen würden, sondern, wenn wir dieses System machen, wo wir in Aktien investieren, wo wir breiten Fonds investieren, wo es von mir aus einen Staatsfonds gibt und wo man das machen kann, oder wie auch immer, dass das wirklich solide aufgebaut ist. Wenn es das geben würde, und dann schüttet man sich nur die 3% aus, dann bleiben am Ende ja aber die 2,2 Millionen über. Das heißt, man hat auf einmal 2,2 Millionen zu vererben. Und das ist gerade der große Unterschied zur Rente. Das aktuelle Rentensystem sorgt nicht dafür, dass wir irgendwie einen Kapitalstock aufbauen. Das passiert nicht. Sondern es ist halt so, wenn du stirbst, dann ist es halt vorbei. In diesem System wird es aber so sein, dass wir von Generation zu Generation ein unfassbar großes Vermögen aufbauen. Und das ist das, was wir sehen, was in anderen Ländern durchaus der Fall ist. Man sieht das, man muss sich den norwegischen Staatsfonds angucken, wenn man wirklich mal über Generationen denkt, wenn man über viele Dekaden denkt. Und das ist auch das, was in den USA passiert. Natürlich, wenn du dir anguckst, was dort an Kapital zur Verfügung ist, wenn man muss in die Schweiz gucken, da funktioniert es aber auch so. Also in den USA gibt es mit dem Roth Plan, mit dem 401k Plan, gibt es halt Möglichkeiten, wie große Aktienbestände angesammelt werden. Und in der Schweiz auch, da gibt es, ich glaube ich, Säule 3 oder so heißt das Ganze. Ach, in den Niederlanden, Schweden, selbst in Frankreich, glaube ich, in Polen sogar auch. Weiß ich nicht genau. Also in vielen, vielen Ländern passiert das jetzt. Und diese Länder bauen einen unfassbaren Kapitalstock auf, was in Deutschland aktuell nicht der Fall ist. Also deswegen ist es so unfassbar wichtig, selber in Aktien zu investieren, weil wir das im Rentensystem eben nicht drin haben. Aber damit Deutschland quasi langfristig, dass es auch diesen Kapitalstock gibt, ist es unfassbar wichtig, dass in Aktien investiert wird. So, das war jetzt aber eher so ein Bereich, der nicht jeden individuell betrifft, sondern eher dann so ein bisschen längerfristig gedacht. Ich habe da ein schönes Buch von, wie hieß er, Benjamin Franklin gelesen, der erklärt hat, wie wichtig es ist, dass man halt nicht alles rausballert, sondern dass man über Generationen, also selbst über den Tod hinaus, wie wichtig es ist, dass man quasi sparsam lebt und dass ein großer Kapitalstock aufgebaut wird. Und das hat Benjamin Franklin, hat das quasi schon den Amerikanern mitgegeben, so in regelmäßigen Briefen, wie unfassbar wichtig das ist. Aber okay, ich schweife vom Thema ab. So, also zurück zur Frage. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen beantworten, beziehungsweise mit meinem Gedankenkonstrukt so ein kleines bisschen erklären. Nein, wenn jeder investiert, wären wir nicht alle reich. Wir werden als Gesellschaft in Summe deutlich wohlhabender werden. Ja, das ist richtig. Wir würden deutlich, deutlich wohlhabender werden. Es würde deutlich weniger Altersarmut geben. Und über die Generationen hinweg würde ein enormer Kapitalstock aufgebaut werden. So, das waren nur meine Gedanken dazu. Lass mich gerne wissen, wie du das siehst. Was würde passieren, wenn einfach so gut wie jeder investieren würde? Ja, ich glaube ganz grundsätzlich, dass deutlich weniger Leute auch noch links wählen würden, weil ich glaube, dass Eigentümer per se anders wählen würden. Oder man hätte ein anderes Verständnis von Eigentum. Man hätte nicht so das ganz große Interesse an dieser massiven Umverteilung oder an irgendwelchen Enteignungsorken und sowas. Ich glaube, sowas würde auch nicht passieren. Von daher, als allein Eigentum, egal ob es jetzt als Wohneigentum ist, was Deutschland auch ganz wenig hat, da könnte ich ewig drüber reden. Aber okay, ja. Wie siehst du das Ganze? Ähm, was denkst du, was passieren würde, wenn einfach jetzt jeder investieren würde? Würden wir an die Situation kommen, wo quasi die Menschen so unfassbar wohlhaben wären, dass sie nicht mehr arbeiten müssen? Wobei da natürlich auch die Frage ist, ich meine, in Zukunft Jet, GPT und die ganzen, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn wir alle so wohlhaben werden und sowieso irgendwann die Maschinen das alles machen. Ja, ja, okay. Lass es mich gerne wissen, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.